Wer ist deine Beziehung? Ey, ich bin so lange schon verheiratet, das ist schon, ach ja. Ja, äh. 20 Jahre. Es ist toll. Mit einem Mann. Mit einem Mann? Ja. Nur einen? Ja. Und nur er war, hat dich berührt? Ja. Naja, nicht für immer, aber also die letzten 20 Jahre. Ja.